Let's beat Black Friday. End of this month. The Marc-Gabauer-Lifestyle turns three years old. I want to celebrate this milestone with you. Save the date to get the best deals. Herzlich willkommen. Oh, was machst du denn hier? Einen wunderschönen guten Tag. Also ich habe vor, was hier wegzufliegen. Hier wegzufliegen? Ja. Und Sie hier, Gebauer? Ich werde auch wegfliegen, ja. Aber ich muss sagen, irgendwie fehlt was. Wir zeigen euch heute die perfekten Düfte für die Freizeit, für eine Reise, was man im Flugzeug tragen sollte, am Pool und auch für das Abend. Sehr, sehr wichtig. Neue Düfte. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Eine Situation, die wahrscheinlich so jeder kennt. Man fliegt irgendwo hin und man möchte über die gesamte Zeit gut riechen. Wir haben eine etwas gegenteiligere Einschätzung. Ich hätte eher Tiger gewählt, du hast aber gesagt, man möchte die Leute ja auch nicht nerven im Flugzeug. Für mich geht's eher darum, dass man lange halt gut riecht. Und aus diesem Grund haben wir jetzt... Du hast mal eine schöne Alternative gefunden. Manche sagen sogar, dass der Duft zu Air Tiger ähnlich sei. Ja. Aber ich finde, ich sehe da jetzt eigentlich nichts. Wir haben uns für das Reisen entschieden. Wenn ihr auf eine Reise geht und ihr möchtet lange gut riechen, haben wir eine der letzten Releases von Herbert und zwar Derby genommen. Genau, von Roberto Ogolini. Ja, Roberto Ogolini. Und hier drin haben wir Basilikumblätter, Kardamon. Wahrscheinlich geht's eher darum, dass Kardamon bei mir auch so relativ stark ist. Klaus, irgendwie. Nachtjasmin, Zimt, Kümmel, Mürre und dann als Basisnote Patchouli. Ist auch ein bisschen frisch dann. Betiger, Sandelholz, Zedernholz, Birke und Moschus. Ist hier ein Parfüm, was knapp unter 200 Euro liegt. Auch mit einem sehr hohen Öleinteil. Und das Ganze denke ich, werden wir mal in Action testen. Und dafür sind wir sofort wieder zurück, oben aus der Luft. Da sind wir wieder was für ein Effekt. Ich hoffe, das war richtig. Wir probieren jetzt einmal den Derby aus. Also ich finde, der hat jetzt nichts mit Air Tiger zu tun. Finde ich jetzt auch ganz andere Dichtung. Ich würde sagen, jeder der Oxford zu Hause hat, für den ist Derby auch was. Also es ist ein sehr universelles Parfüm, was lange anhält. Es gibt keine süße Note, es ist natürlich ein sehr frischer Duft. Der hat schon mit der Kardamom eine gute Basis. Ja, aber kein süßer Duft. Also mir gefällt Sirve. Ich finde, das ist ein sehr guter Duft, wenn man auf Reisen ist, wenn ihr eine lange, frische Note haben möchtet. Trotzdem mit einer, also sag ich mal Patchouli mit drin, aber trotzdem mit einer tollen Basis im Holzbereich. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Szenario. Und hierfür haben wir uns ausgedacht, passend für den Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, was braucht man da? Ein kühlendes Parfüm, was da den Zweck erfüllt. Und dafür haben wir auch das Beste. Dafür werden wir jetzt in die Wüste gehen. Aktuell bei 40 Grad. Also, let's go! Wir alle kennen es ja, wenn es Sommer ist und man sich draußen trifft, vielleicht jetzt nicht am Pool, aber… Am Strand. Am Strand. Wenn man zum Strand geht, auch im Urlaub mal, dann weiß man nicht genau, okay, soll man jetzt überhaupt ein Parfüm drauf tun oder vielleicht auch nicht. Wonach wärst du auf der Suche, wenn du jetzt zum Strand gehst und Parfüm drauf tust? Ja, es muss auf jeden Fall was Fruchtiges, denke ich mal, sein. Also, natürlich am liebsten was Kühlendes. Also, es darf ja nie so ein hoher Ölanteil sein, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich hätte jetzt gesagt für mich, man hat auf jeden Fall mit Leuten zu tun. Also, trotzdem, auch wenn man am Pool ist oder am Strand, man hat ja trotzdem, da möchte man als Parfüm auch, dass es wahrgenommen wird. Das ist für mich wichtig, aber es darf natürlich nicht zu schwer und zu süß sein. Also, wenn es zu süß ist, dann ist es vielleicht ein bisschen erdrückend, es muss zur Stimmung passen, freundlich, hell sein. Und dafür haben wir hier ein Parfüm, was letztes Jahr im Sommer rauskam, und zwar von der Firma Lenn. Last Call to Ibiza. Da hatten wir schon tatsächlich die Präsentation gehabt auf Insta. Also, Last Call to Ibiza ist ein Extrater Parfüm, 100ml und liegt aktuell bei 240 Euro, ist einer der letzten Releases. Und vom Namen her merkt man auch schon, dass es in diese ganze Thematik reinpasst. Sommer, mhm. Also, wir haben hier drin Marihuana, Kaffee, Mandarine, Passionsfrucht und Himbeer. Also, das ist ein etwas, ja, ein fruchtigerer Start, der aber nicht zu erdrückend ist. Und danach geht es mit Pfirsich und Rose weiter. Und hinterher den coolenden Effekt erhält man dann über Vetiver und Patchouli hinten raus. Versuchst du, wie ich mir das gewünscht habe. Vielleicht süß, aber nicht zu süß. Ja. Etwas Abgekühltes. Und ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr schöner, angenehmer Duft. Und jetzt natürlich nicht nur für den Pool oder Strand. Also man kann es tagsüber im Urlaub sehr, sehr gut auftragen. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich auch zu Hause. Eigentlich auch im Büro. Eigentlich auch, wenn man im Winter ist. Nein, 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 nein. Also für den Winter würde ich das jetzt nicht unbedingt vorschlagen. Ist auch kein Abendduft. Das ist tatsächlich tagsüberduft. Klar, wenn du im Büro das tragen möchtest im Sommer, gerne. Aber Urlaub auf jeden Fall gebongt. Ja, dann machen wir als nächstes halt. Wo geht es hin für uns jetzt? Ja, da wird noch ein bisschen heißer. Wir haben uns jetzt ein bisschen abgekühlt hier in einem Pool. Und wollen natürlich jetzt die Wüste ein bisschen erkühlen. 40 Grad haben wir heute. Ich sage mal so, Sonnencreme drauf. Und let's go! Was machst du denn hier? Oh mein Gott! Oh Marc! Vielleicht wären sie wieder in der Wüste. Ja! Guck mal, was ich für eine wunderschöne Kulisse uns ausgesucht habe. Wir haben als nächstes den Überbegriff als Parfum für den Sommer. Für einen heißen Sommertag. Ja, für einen heißen Sommer. Und hier geht es darum, dass wir etwas finden, was eine kühlende Wirkung hat. Erfrischend ist. Und da haben wir glaube ich etwas, was wir so noch nie gezeigt haben. Und zwar von Histoire de Parfum George Sand. Das ist ein Synonym. Es war eigentlich eine Frau, aber hat sich als Mann ausgegeben. Und hier ist... Die wurde geboren 1804. Aha! Okay! Deswegen genau das Parfum. Der Name. Und hier ist das Besondere, dass wir eine wirklich sehr, sehr, sehr extreme Ananasnote drin haben, die einfach zu diesem Sommerthema passt. Und wir haben auch hier die Möglichkeit... Aber auch Moorschuss, Sadenholz und Maiglöckchen. Das Tolle ist, bei dem Parfum könnt ihr zwischen unterschiedlichen Größen wählen. Wir haben hier 15 Milliliter für 40 Euro. Dann haben wir nochmal 60 Milliliter. Das heißt, perfekt fürs Reisen, wenn ihr mal irgendwo hin wollt. Dann schaut gerne hier vorbei. Ein sehr schöner, ja, ananaslastiger Sommerduft, der euch auch mal ein bisschen abkühlt. Frau Reborn. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön. Als nächstes Thema haben wir natürlich... Business. Genau. Eine Sache, die bei euch mit Sicherheit immer wieder auftritt. Man trifft sich mit Kunden oder hat Termine, vielleicht mit seinem Chef. Und hier braucht man einen Duft, der vielleicht etwas Gewisses kommuniziert. Er muss in gewisser Weise elegant sein. Ich würde sagen, je nachdem, was man ausdrücken möchte, vielleicht nicht zu krass. Also, dass das vielleicht beim Gegenüber dann keine Gefühle auslöst, dass man es vielleicht unangenehm ist. Aber trotzdem einen Geschmack vermittelt. Genau. Dass derjenige sich tatsächlich Gedanken gemacht hat beim Anziehen und auch... Und es muss wahrnehmbar sein. Das heißt, wenn man jetzt so gegenüber sitzt, dann sollte man den Duft irgendwie schon riechen. Und hier würde ich nicht auf Süße setzen, sondern eher auf eine frische Basis. Man kann auf vielleicht was Zitroniges gehen. Wir haben jetzt hier etwas anderes. Das ist mit Sicherheit der beste Duft, den man für diese Art und Weise wählen kann. Auch in diesem Video der komplexeste Duft. Clive Christian 1872. Genau. Maskulin. Genau. Da gibt es auch das Paar für die Dame dann. Und hier haben wir einen Duft, wenn ich ihn von der DNA beschreiben müsste. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Hermes-Düfte, die man auch nur in der Hermes-Boutique bekommen kann. Das geht in so eine gewisse Richtung. Wir haben also als Kopfnote, es sind unglaublich viele Ingredients. Aber die, die jetzt rauskommen, Grapefruit, Limette ist mit drin. Dann haben wir Koriander, Schwarzer Pfeffer und Lavendel. Das sind so die Noten, die ich jetzt am meisten rausrieche. Und dann auch noch Neroli, Jasmin ist so ein bisschen drin. Und dann als Basis das Ganze, was so ein bisschen Stärke gibt, haben wir dann Bernstein, Moschus, Zedernholz, Patchouli und ein bisschen Weihrauch. Wobei der Weihrauch wirklich sehr, sehr dezent ist. Ich finde Patchouli auf jeden Fall. Und Pfeffer ist sehr präsent. Nein, es ist ein sehr schöner, maskuliner Duft. Ich muss sagen, ich habe den Duft mir ausgesucht. Die sind natürlich jetzt auch in anderer Preiskategorie angekommen, muss man sagen. Also der Duft liegt bei 460, 80 Euro. Das ist jetzt definitiv schon ein Duft, was man sich einmal vielleicht kauft oder schenken lässt. Also wenn ihr für diesen Bereich etwas sucht, wenn ihr sagt, ihr möchtet einen Bereich für den Job haben, wenn ihr wichtige Termine habt, dann wird es wahrscheinlich so fast nichts Besseres geben. Also es ist etwas sehr, sehr Komplexes, auch von der Flasche. Allein die Aufmachung, tolles Produkt, toller Duft. Aber man darf nicht, das ist immer noch im Sommer, das ist ein Sommerduft. Man darf jetzt nicht zu viel Oud, nicht zu viel solche Dinge oder Weihrauch auch. Ist ganz aber leicht verwendet wurde. Also man muss ja schon was Präsentes haben. Aber wie du schon gesagt hast, angenehm, dass man an einem runden kleinen Tisch dann nicht zu aufhält. Genau, von daher machen wir jetzt weiter mit Date Night. Date Night? Ja, ich freue mich. Und zwar haben wir hier einen sehr, sehr schönen Tiziana-Terenzi-Duft namens Golden Rose Oud. Den hatten wir schon auf vielen Reisen mit dabei. Ja, wenn wir hier in Dubai sind, er passt so zum Thema. Hat gewisse süße Noten mit drin. Also Rost würde ich mal für Rosen schon mal sagen. Oud für Oud. Das ist eine schöne, spannende Mischung. Es hat auch ein paar frische Noten, also Bergamotte ist mit drin. Amber, Patchouli, das passt so auch zu dieser etwas frischen Note. Aber dann natürlich mit dem, hier steht noch Honig als Basisnote, Oud, Sandelholz und schwarzer Pfeffer. Das ist dann, würde ich sagen, so ein typischer, verführerischer Abendduft. Ja, es ist auf jeden Fall sehr pfefferig. Also es hat schon so diese Gewürze, so würzige Note. Hatte diese leichte, wie du schon gesagt hast, so eine fruchtige dabei. Ich finde es sehr angenehmer Duft für einen Abend. Ja, wenn ihr diese Gesellschaftsdüfte kennt und die, wenn ihr die riecht, wie Accento und sowas, der geht sehr stark in diese Richtung. Und jeder, der, würde ich mal sagen, Accento mag, der wird auch mit diesem Duft sehr, sehr gut zurechtkommen. Stimmt, stimmt. Der hat halt nur diese Oud-Komponente etwas stärker ausgeprägt. Von daher, falls ihr für einen Duft für den Abend sucht, ich würde hier auf Golden Rose Oud tippen. Und ich würde mit dir auf einen Date damit gehen. Also wenn das mal nicht gestellt rüberkam. Was? Gar nicht. Wir sind auch am Ende von diesem Video angekommen. Falls euch das ganze gefallen hat, lass gerne ein Abo und ein Like da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir haben auf Vierfall perfekte Tipps für eine schöne Reise vorbereitet und euch präsentiert. Also lasst uns gerne einen Kommentar und ein Like unter diesem Video. Wir würden uns sehr darüber freuen. Tschüss.